Seacrouds 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 In der 2 Minuten 16 Sekunden Nachladezeit, da könnte man dann eventuell auch mal noch einen anderen Kapitänskill mit überlegen, ob der da vielleicht Sinn machen kann. Wir wissen es nicht, wie gesagt, ist die erste Vorstellung des Schiffes überhaupt, was sich da noch alles ändern kann. Ihr wisst ja, das ist bei Wargaming auch immer eine ganze Menge. Ja, relativ schnell kann, wie gesagt, 13,5 Kilometer bei Torpen geht oberflächenmäßig nur 13,7 Kilometer auf. Das heißt, wenn ihr da eine Tarnung raufbaut und meinetwegen noch ein Modul Tarnungsmeister oder irgendwie was auch immer, ja, was ja demnächst dann auch nur noch 10% bringt und nicht mehr 12%, wie früher bei den Kreuzern, dann seid ihr auf jeden Fall weniger weit entdeckbar, wie ihr Torpen könnt. Ist vielleicht mal eine ganz nette Geschichte. So, dann kommen wir zum nächsten Update, Hafen-Update. Zipangu, ein Hafen, Lieblingshafen von mir, wird, ja, ob das jetzt verbessert ist, ich bin ja noch nicht so sicher. Ja, schön ist, dass ihr jetzt so ein bisschen ein Nacht-Event wird und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz toll, auch mit diesen Lampignons, die hier über dem Wasser schwimmen und so weiter. Ich persönlich würde aber als Verbesserungsvorschlag machen, einen Tag-Nachwechsel-Zyklus einzuführen. Und zwar am Tag, den so zu lassen, wie es jetzt schon ist, ja, und vielleicht mit einem kleinen Grafik-Update oder irgendwie was, ja, und dann eben einen Nacht-Zyklus mit hinzuzufügen, wie gesagt, man sieht, dass die Lampignons dann über die Bucht treiben, von links nach rechts, meinetwegen, und am Ende wieder ein Tag, ja, Sonnenaufgang zu bestaunen ist so ein bisschen. Das wäre halt irgendwie ganz toll. Aber gut, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie die Atmosphäre in dem Hafen nicht kaputt machen, weil es einer meiner Lieblingshafen wenig gewuselt. Schön ruhig. Ihr wisst, ich mag so eine Sachen so, wenn man auch mal ganz in Ruhe alleine auf einer Parkbank sitzen kann und einfach nur in die Natur guckt. So eine Sachen, da bin ich dann ja auch immer mal für zu haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, das sind die beiden Fotos, die wir für euch haben. Ja, hier, Zipangu. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie es dann ins Spiel kommt. Und der nächste Punkt ist der Kreuzer Alaska. Da gab es schon einige Nachrichten rund um diesen Dampfer. Die letzte Nachricht war zum Beispiel damals, dass die Zitadelle nicht erhöht werden konnte, obwohl das ein bisschen unrealistisch ist. Die Zitadelle war eigentlich höher. Und ja, dann hat die Community so ein bisschen geguckt und gemacht und getan. Und plötzlich kam die Info, dass die Spieler herausgefunden haben, dass da ein gepanzerte Deck in der Alaska fehlt. Was haben die vergessen zu modellieren bei World of Warships? Und ja, das wurde jetzt hinzugefügt und dadurch ist die Zitadelle jetzt auch realistischer platzierbar. Das ist die Position jetzt. Und das war sie vorher. Ihr seht hier, da ist doch schon ganz schöner Unterschied. Hier kann man das an der Seite viel besser sehen. Die ist jetzt also nach oben gerückt. Das heißt, die Zitadelle ist leichter zu treffen. Vorher hat die Alaska eben ausgezeichnet, dass die Zitadelle komplett unter Wasser lag. Und damit sehr, sehr schwer zu treffen war für andere Schiffe. Das hat sich jetzt wieder leicht geändert. Gut. Das war es vom Supertest. November-Aufgaben ist das nächste. Wer die letzten Monate schon World of Warships gezockt hat und da auch immer intensiv dabei war, weiß, es gibt so Tagesaufträge. Ihr könnt euch jeden Tag einloggen und diese sechs Aufgaben erfüllen. Ihr braucht T5-Schiffe, gewertet, Zufall, Koop und Unternehmen. Die sind möglich. Also mindestens T5 oder halt aufwärts. Und ihr müsst dann Erfahrung sammeln. 250 und 500, egal ob verloren oder gewonnen. Ab der dritten Stage müsst ihr 1000 XP machen in gewonnenen Gefechten. Und wenn ihr die drei Stages zusammen habt, gibt es 200 Kohle on top. Für jedes Mal, wenn ihr eine Etappe erreicht habt, bekommt ihr einen Tagesbonus an Flaggen oder an Kohle oder was auch immer. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wenn ihr die erste Stage durch habt, dann könnt ihr die zweite Stage machen. 1100 mit Siegen, 1200 mit Siegen und 1300 mit Siegen an Erfahrung erfahren. Und da jedes Mal nochmal die Flagge, den Tagesbonus on top bekommen. Und hier habt ihr dann eben nochmal 200 Kohle. Das bedeutet, ich scrolle hier kurz mal kurz runter, um das zu veranschaulichen. Ihr könnt also hier in der Delta, Juliet, Yankee, Biso 2 holen und 400 Kohle, wenn ihr alle sechs Aufträge abschließt. Am 1. November. Am 2. November gibt es Verbrauchsmaterial, Schadensbegrenzungsteam. Am 3. gibt es eben 12 Mal Tarnung. Am 4. gibt es Basis-EP und Free-XP, Elite-Kapitäns-EP und so weiter. Also der 4. November, den könnt ihr euch schon mal ankreuzen. Der ist dann nämlich der Sonntag. Ja, da könnt ihr ordentlich in World of Warships was absahnen. Das macht man dann schon mal ganz gerne, glaube ich. Also das hier halte ich für richtig geil. Dann am 5. geht es wieder ganz normal weiter. Am 8. gibt es dann Credits, bis zu 300.000 Credits, wenn man alle Missionen erfüllt. Und am 9. das ist dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, gibt es dann wieder Elite-EP und so weiter. Also so läuft die ganze Geschichte eben immer ab. Ihr habt hier eine komplette Übersicht, was ihr alles wann wie bekommen könnt. Hier gibt es am 14. diese ganze Geschichte nochmal. Und dann am 19. und am 24. und dazwischen. Die 400 Kohle sind halt immer die Summe aus den ganzen 6 Missionen. Das seht ihr da. Ihr seht immer die Summe, was ihr mitnehmen könnt, wenn ihr alle 6 Missionen an dem Tag jeweils erfüllt. Dann gibt es natürlich wieder die Royal Navy. Die verschiedenen Abschnitte mit den verschiedenen Direktiven. Erfüllt diese Direktiven. Und ihr bekommt dafür eben 6x diese Gineas oder 4x diese Gineas. Wenn ihr nachher 50 Gineas zusammen habt, könnt ihr euch die Cosec und T8-Zerstörer kostenlos in den Hafen stellen. Wenn ihr nur auf 48 kommt, habt ihr trotzdem alles richtig gemacht. Denn 89 Cent oder 85 Cent will World of Warships trotzdem haben. Für die restlichen 2 Gineas respektive gibt es ein Angebot. Da könnt ihr 10 Gineas kaufen für 89 Cent. Das ist einmal pro Account im Premium-Store möglich. Ich glaube, 89 Cent für eine Cosec auszugeben ist jetzt wirklich nicht zu viel. Weil das Schiff sich sehr, sehr lohnt. Und es ist ein britischer Zerstörer, der Motorboost hat. Wenn ihr das auf einem anderen, wie zum Beispiel der Lightning, vermisst, ist die Cosec vielleicht der bessere Zerstörer für euch als Idee. Gut, das sind die Sachen, die ihr diesen Monat verdienen könnt. Lestet euch bitte ganz genau durch, wenn ihr da noch ein paar Fragen habt. Ihr kann nicht auf alles ganz genau eingehen. Dann geht es natürlich weiter. Nochmal so als lieb gemeinter Hinweis. Wenn ihr Bock habt oder bis jetzt vergessen habt, Alexander Orvechkin, diese Aufgabe ist noch zu erfüllen. Die müsst ihr aber annehmen. Ihr müsst sie annehmen auf der World of Warships Seite. Ihr loggt euch ein hier oben und geht dann auf den Artikel. Wir verlinken euch den wieder in der Beschreibung. Ihr drückt hier auf annehmen und dann müsst ihr 5 Aufgaben erfüllen. Und nebenbei gibt es immer große 8 Container. In den großen 8 Container ist der erste Gegenstand für eure Sammlung, Alexander Orvechkin. Was bekommt ihr? Wenn ihr alle 5 Teile durchspielt und dann bekommt ihr den russischen Kapitän mit den Sonderfertigkeiten, eine Elite-Schütze und ein Experte der Lebensfähigkeit. Hier, der ist sogar geboostet mit 400 Hit-Points und hier natürlich die 3 und den 1 Grad bei dem Geschütz drehen sozusagen. Und ja, den Kapitän habt ihr dann schon mal safe. Und wenn ihr die Sammlung vervollständigt, die dann aber auch mit Standard-Containern über die tägliche Belohnung erfüllbar sind, bekommt ihr, Entschuldigung, noch einen amerikanischen Kapitän. Dazu auch über 10 Fähigkeitspunkte und dann hat diese Fähigkeiten ihr geboostet. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, findet ihr in dem Container dann sogar noch den 15er Kapitän, der auf russischen und amerikanischen Schiffen gleichzeitig einsetzbar ist. Dazu gibt es dann halt hier noch ein paar glückliche Möglichkeiten, dass man eine North Carolina gewinnen kann oder eben eine Alabama oder sonst sowas. Also ist nun mal noch nett gemeint. Heute ist der 31. Oktober. Bis 9. November müsst ihr die Aufgabe alle erfüllt haben. Angenommen werden kann die nur noch 13 Stunden lang. Also seht zu, wer das nach Möglichkeit heute annimmt bis Ende des 31.10.2018, wenn ich das gerade richtig schnell überschlagen habe, ist das noch möglich. Danach ist das nicht mehr möglich. Wichtige Sache. Dann geht es weiter. Tägliche Lieferungen. Das ist der dritte Punkt sozusagen. Es gibt tägliche Lieferungen und zwar hier an der linken Seite. Das wurde heute eingeführt. Gibt es diese Möglichkeit, hier die Halloween-täglichen Lieferungen zu bekommen. Also in 14 Tagen gibt es dann die nächsten täglichen Lieferungen. So verstehe ich das zumindest. Das ist eine immer wiederkehrende Sache, die immer wieder erneuert wird. Ihr lockt euch in regelmäßigen Abständen ein. Das muss nicht täglich sein. Das reicht, ich glaube, bis zu drei Tage können zwischen den verschiedenen Lock-Ins sein. Und ihr bekommt dann immer noch die Bonis der letzten Tage gut geschrieben. Aber ihr müsstet doch einigermaßen regelmäßig machen. Also das solltet ihr schon sicherstellen können. Ich glaube nicht, dass ihr euch Sonntag einloggen könnt und dann erst Freitagabend wieder. Ich glaube, so groß darf der Abstand nicht sein. Das müsste, glaube ich, maximal drei Tage sein, wenn ich mich recht entsinne. Nagelt mich bitte nicht fest. Vielleicht gibt es da ja dann auch nochmal Änderungen. Wenn ihr die Belohnung nicht bei der Spieleanmeldung einsammelt, wird sie am Ende des Spieltages automatisch eurem Konto hinzugefügt. Aber nur dann, wenn ihr euch am Anfang des Tages angemeldet habt. So, also hier, was gibt es hier? Container, Credits, Tarnung, Credits, Kohle, Dublon und am Ende, die ganze Geschichte, sogar ein Premium-Container bei Halloween. Und dann hatte ich in der letzten Flaschenpost schon darüber berichtet. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum hier Gute Geschäfte steht. Wer die letzte Flaschenpost nicht gesehen hat, dem sei gesagt, ihr könnt im Premium-Store eine Aktion kaufen. Die nennt sich Gute Geschäfte. Und ihr kauft da, ich habe es gemacht, für 15,99 Euro Dublonen. Ja, und ihr müsst euch dann einigermaßen regelmäßig einloggen und ihr bekommt jeden Tag eben Dublonen gutgeschrieben. Ich habe euch in der letzten Flaschenpost erzählt, warum sich das rechnet und wie stark sich das rechnet, weil ich nämlich über diese guten Geschäfte viel weniger bezahle, als ich sonst für die Summe an Dublonen bezahlen müsste. Schaut euch einfach die letzte Flaschenpost nochmal an. Verlinken wir euch auch natürlich nochmal rein. Dann geht es darum, wie man von guten Geschäften profitieren kann. Sagen wir es so. Und ja, dann seht ihr schon, U-Boote sind ins Spiel gekommen. Heute ist der erste Tag, wo der Schrecken aus der Tiefe gespielt werden kann. Ich habe jetzt hier schon ein paar U-Boote freigespielt, weil ich die letzten Aufgaben eben erspielt habe. Immer mit 5 Sternen rettet die Transilvania, Sonnenstrahlen in der Finsternis. Und jetzt habe ich eben gerade noch Schrecken aus der Tiefe mit 5 Sternen gemacht. Das heißt, ich habe dann 4 U-Boote. Barracuda ist das Standard-U-Boot, die restlichen kann man sich erspielen. Wenn ihr nicht die 5 Sterne schafft, dann könnt ihr diese U-Boote freischalten, indem ihr einfach immer eine Menge Erfahrung in dem Unternehmen Schrecken aus der Tiefe sammelt. Ihr müsst 5.000, 10.000, 15.000 Erfahrung sammeln. Dann bekommt ihr jeweils ein besonderes U-Boote eben freigespielt. Und ich sage euch, das lohnt sich. Die machen schon eine Menge Spaß. Kann man auf jeden Fall richtig viel Spaß mit haben. Gut, dann gehen wir wieder weiter in unserem Programm. Und zwar Halloween-Container. Das ist der nächste Punkt. Ihr könnt sie teilweise in den täglichen Lieferungen bekommen. Ihr könnt sie, ja, aber auch im Store kaufen. Nämlich für 2,70 Euro könnt ihr hier Premium-Container bekommen. Und die können enthalten halt 15 Typ-3-Tarnungen. Das ist das mit der Streuung und das mit der niedrigen Erkennbarkeit und so weiter. Ja, dann habt ihr Halloween-Sturmwind, rastloses Feuer. Die Tarnungen sind zum Beispiel sehr, sehr nützlich zur Kapitänsausbildung. 25.000 Free-XP, 2.500 Dublon. Das kann in euren Premium-Containern bei Halloween drin sein. Außerdem könnt ihr besondere Spezial-Tarnungen bekommen. Nämlich hier für die Wackertacke, für die Nassau. Also alles, was mit Halloween zu tun hat, die könnt ihr als besondere Sachen bekommen. Außerdem gibt es dann hier halt noch verschiedene Kapitäne mit 10 Fertigkeitspunkten, die ihr jedes Mal gutgeschrieben bekommt, die dann auf der jeweiligen Nation einsetzbar sind, wo der Kapitän eben da hinzugehört. Max Strauss wird dann wahrscheinlich für die Amerikaner sein. Für die Kiew, da wird der Boris Weber eben für die Russen sein. James D. Breeze wird für die Z23 verfügbar sein. Und so weiter und so weiter. Also wer ein paar Euros ausgeben möchte, kann das sicherlich tun. Muss jeder für sich wissen, ob der Inhalt da Geld wert ist. Einen Hinweis möchte ich euch noch geben. Es gibt so ein Paket, da könnt ihr 40 Container kaufen. Ist für eine teuer, 81 Euro. Aber da gibt es einmal U-Boot obendrauf. Nämlich ein besonderes U-Boot, das ihr auch nicht erspielen könnt. Beziehungsweise nur dann, wenn ihr ganz, ganz viel Erfahrung sammelt. Also 50.000 XP müsst ihr sammeln. Aber trotzdem der Hinweis, am Ende, wenn Patch 0.7.11 aufgespielt wird, verliert ihr dieses U-Boot wieder. Und auch den Kapitän. Das heißt, es ist einfach nur eine nette Sache als Bonus, dass ihr so viele Container gekauft habt. Nicht, dass ihr denkt, ihr kauft ein U-Boot. Ihr kauft kein U-Boot, ihr kauft 40 Container und das war's. Und hier kommen wir dann nochmal kurz zur Übersicht. Ihr habt dann das neue Interface. Das ist hier alles nochmal genau erklärt. Mit dem Tauchen, mit dem Auftauchen. Hier ist die Oxygen, also die Sauerstoffreserve angezeigt. Ihr habt halt Einfriger-Torpedos. Und dann habt ihr Standard-Torpedos für links und rechts oder für hinten. Je nachdem, wie euer U-Boot ausgerüstet ist. Das ist das, was man jetzt schon mal sagen kann. Probiert's einfach aus. Das ist bis zum 21. November verfügbar. Das Schrecken der Tiefe im hohen Schwierigkeitsgrad. Und vom 31. Oktober bis 7. November ist es das Unternehmen der Woche. Also könnt ihr da schon mal ein bisschen üben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das sind auf jeden Fall die U-Booten. Haben wir eine Menge Spaß gemacht. Das kann man schon mal so sagen. So. Und dann kommen wir noch zum letzten Tipp. Und zwar How It Works. How It Works, das ist so ein Hilfe-Video, wo immer wieder Mechaniken des Spiels erklärt werden. Diesmal ist das Video nicht so lang. 3 Minuten 50 nur. Und in diesem Video wird erklärt, wie die Ballistik in World of Warships funktioniert. Und es sind doch eine ganze Menge Faktoren, die die Granatenflugbahnen beeinflussen. Es ist nicht nur Masse und Mündungsgeschwindigkeit. Es ist auch Windwiderstand und die Granatenform. Und alles spielt irgendwie eine Rolle, wie lange die Mumpel braucht, bis sie von euch abgeschossen im Ziel landet. Oder eben im Wasser. Je nachdem, aber auf jeden Fall da landet, wo ihr gerade hingezielt habt, sozusagen. Oder die Distanz überbrückt habt, soweit wie ihr eben gezielt habt. In dem Video wird es euch kurz und knackig erklärt. Kann ich euch nur an das Herz legen. Zieht es euch rein. Entnützt was. Definitiv. Gut. Und das war es mit unserer Flaschenpost. Diesmal sind keine Codes dabei oder so eine Sachen. Aber wieder ein Roundup über alle Informationen, die in den letzten Tagen in World of Warships wichtig waren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein YouTube-Abo da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, immer schön die Glocke drücken. Natürlich. Bis wie zu Hause. Immer schön die Glocke drücken. Und ja. Dann sage ich danke. Bis zum nächsten Mal. Euer Siekrautsteam. Euer Marara. Haut rein. Ciao, ciao. Siekraut.